Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es, wie ich bereits angekündigt habe, um den Aeneas Helian. Und zwar um den neuen Geländewagen. Und ja, in diesem Video werde ich euch zu einem einmal das Tuning zeigen. Und danach gibt es dann noch einen kleinen Test. Ich bin extra nicht in der Stadt, sondern außerhalb. Und ja, weil es ist ja ein Geländewagen und dann können wir den hier gleich ein bisschen im Gelände testen. Und zwar kriegt er den bei Südzahlen ein super Auto für 835.000. Und ja, das Fahrzeug hat Platz für zwei Spieler. Also es hat zwei Sitzplätze. Und ja, sieht eigentlich ganz cool aus, finde ich. Der Preis ist eigentlich relativ hoch, aber ich finde es gerade noch so in Ordnung. Und ja, wir fahren jetzt mal in LS Custom rein. Und dann tunen wir den erstmal ein bisschen auf. Und danach gibt es dann halt noch einen kleinen Test. Ich mache mal Radio aus. Ne. Ja. So, ich fahre jetzt erstmal in die Werkstatt. Und dann gucken wir mal, was wir alles so tun können. Erstmal apparieren wir das Fahrzeug. So, dann erstmal Stoßstange Front. Einmal keine. RAM. Stoßstange in Premierfarbe, Segen der Farbe. Kuhfänger in Premierfarbe, Segen der Farbe. Nochmal so ein RAM. Stoßstange. In Premierfarbe, Segen der Farbe. Ähm. Kuhfänger 2. Auch wieder in Premierfarbe, Segen der Farbe. Und dann Kuhfänger 3. Auch wieder in Premierfarbe, Segen der Farbe. Ähm. Ich frage mich. Ich glaube, ich nehme mal den hier. Und zwar will ich wissen, ob die Lichter auch funktionieren. Ich nehme den einfach in normal. So. Dann Heck. Hätten wir einmal wieder keine. Dann so ein Lichtkäfig. In Premierfarbe, Segen der Farbe. RAM-Bügel, auch wieder in Premierfarbe, Segen der Farbe. Wettkampf-Kit. In Premierfarbe, Segen der Farbe. Ähm. Dann nehme ich mal hier. Diesen RAM-Bügel. So. Dann Motor, Messerbesserung 4 natürlich. Dann Auspuff. Hätten wir einmal. So einen aus dem Motor. Dann so ein Turbolader mit Seitenauspuff. So einen riesen Turbolader. Dann V8. Ovaler Ansaugtrichter. Tui-Ansaugtrichter. Doppelt-Turbolader. Und Doppelt-Turbolader mit Luftfilter. Das finde ich alles hässlich. Ich nehme hier mal einfach freistehende Luftfilter. So. Dann Kotflügel. Aber wieder kein Kotflügel. Also wir können ihn entfernen. Dann einen sehr regelmäßigen Kotflügel. In Premierfarbe, Segen der Farbe. Angenieterter Kotflügel. Auch wieder in Premierfarbe, Segen der Farbe. Ausgestellte Kotflügel. Ja. Auch wieder in Premierfarbe und Segen der Farbe. Dann nehme ich mal den hier in. Ja. Erstmal Premiumfarbe. Also diesen angestellten Kotflügel in Premierfarbe. So. Kühlergrill. Da können wir den auch entfernen. Dann offener. Sieht man jetzt schlecht. Offener Kühler mit Chromrand, Carbonrand. Dann Gitterkühlergrill, Carbonröhrenkühlergrill. Carbonröhrenkühlergrill. Ah. Hier war Chrom und das Carbon. Dann Chromschutz. Äh. Carbon. Ne. Chromschlitzkühlergrill. Sorry Leute. Carbonslitkühlergrill. Dann Anniaskühlergrill. Und wieder in Carbon. Ähm. Dann nehme ich mal hier den. Anniaskühlergrill normal. So. Dann Lichter. Dann nehme ich mal Schirrenscheinwerfer. Designed. Einmal so ein weißer Streifen. Dann in schwarz. Zeig euch die einfach mal so. Hm. Da bin ich ehrlich gesagt am überlegen, welchen ich nehme. Welches Design. Ich glaube ich nehme mal das hier. Albtraum. Finde ich sieht eigentlich ganz cool aus. So. Dann. Nummernschild. Nehme ich ähm. Gelb auf schwarz. So. Lackierung. Da ändern wir auch mal was. Anniaskühlergrill. Dann nehme ich mal so ein mattes schwarz. So. Dann Segendärfarbe. Vielleicht auch ein mattes schwarz. Aber die lasse ich einfach mal. Da sehe ich keinen Unterschied. So. Dann Überrollkäfig. Ein halber Überrollkäfig in Primärfarbe. Dann in Segendärfarbe. Kompletter Überrollkäfig in Primärfarbe. In Segendärfarbe. Ähm. Dann nehme ich mal den kompletten. Obwohl. Ne. Einfach nur diesen Halm in Primärfarbe. So. Dach. Da habe ich jetzt schon was dran gemacht. Und zwar so eine Lichtleiste. Aber ich muss euch sagen. Die funktioniert nicht. Und das finde ich echt doof. Aber ich lasse sie einfach mal dran. So. Für den Preis könnt ihr das Fahrzeug jetzt verkaufen. Also für ungefähr 555.000. Also es ist eigentlich relativ guter Preis noch. So. Jetzt hätten wir Seitenverkleiderung. Einmal leicht baut. Leicht baut. Trittbett. In Primärfarbe. Segendärfarbe. Höh. So ein Röhrendrittbett. Dann wieder in Primärfarbe. Segendärfarbe. So ein. Trittbett. Auch wieder in Primärfarbe. Segendärfarbe. Ähm. Ich glaube dann nehme ich mal diesen. Dieses Röhrendrittbett. In Primärfarbe. So. Dann Federung. Ähm. Lasse ich mal so. Weil es ist ja ein Geländewagen. Und das wäre echt dumm. Wenn man den jetzt tiefer lädt. So. Dann. Getriebe. Hätten wir. Super Getriebe. Turbotuning. So. Reifen. Mal gucken was es da gibt. Irgendwie Gelände. Obwohl. Eigentlich finde ich die. Die gerade dran sind. Am besten. Obwohl. Aber wir nehmen mal hier so. SUV-Fan. Und zwar. Ähm. Ja. Nehmen wir mal die hier einfach. So. Dann Ferienfarbe nehmen wir erstmal. Obwohl. Nehmen wir mal rote Ferien. So. Reifen. Da könnt ihr jetzt noch so ein Reifenmuster machen. Das lasse ich mal weg. Und Reifenqualm auch. So. Jetzt hätten wir noch Fensterplatten. Da könnt ihr jetzt so Platten ran machen. Einmal in Prämierfarbe. Und Segendärfarbe. Dann nehme ich hier die mal in Prämierfarbe. Weil da wird das Design fortgesetzt. So. Dann Fenster. Ja. Nehmen wir nochmal Limousinenglas. Und das war's dann schon mit dem Tuning. Dann kommen wir jetzt mal zum kleinen Test. Fest. Ja. Und. Ja. Also er fährt sich eigentlich. Okay. Da haben wir uns jetzt einmal überschlagen. Aber sonst fährt er sich eigentlich echt gut. Also ich bin den. Vorhin schon mal gefahren. Ich will mal hier gucken. Dass wir irgendwo hier hinten. Langfahren. Wo mehr. Berge sind. Und ja. Aber eigentlich kann man mit dem echt gut durch Gelände fahren. Finde ich. Und ja. Also ich würde ihn jetzt glaube ich nicht für ein Rennen nehmen. Aber da gibt's ja. Ja. Aber sonst kann man damit eigentlich echt gut fahren. Also ich glaube er ist halt nicht der beste Geländewagen. Für ein Rennen oder so. Aber. Auch nicht der schlechteste. Kommt halt auch drauf an. Also vom Handling und so. Ist der halt echt. Richtig gut finde ich. Also ich bin ja schon viele Geländewagen gefahren in GTA und so. Aber die waren immer so ein bisschen. Ja. Sind halt immer schnell überschlagen und so. Der hier zwar auch ein bisschen. Aber. Bin damit schon vorhin so ein bisschen rumgefahren. Und eigentlich bin ich damit immer echt gut. Überall durchgekommen. Und hochgekommen und so. Und ja. Also wenn ihr halt einen Geländewagen mögt. Und ihn vom Aussehen und so haben wollt. Also ihn schön findet. Dann holt euch den auf jeden Fall. Aber wenn ihr jetzt eh nicht so viel Geld habt. Und auch nicht so geil findet. So ein Geländewagen. Denn würde ich euch sagen. Holt euch den nicht. Weil der sieht zwar cool aus und so. Aber. Ja. Wenn ihr den nicht haben wollt. Also wenn ihr keinen Geländewagen braucht. Und eh nicht so viel Geld habt. Dann müsst ihr euch den nicht unbedingt holen. Also es ist jetzt kein Muss. Aber es ist schon geil finde ich. Und ja. Also wenn ihr Geld habt und so. Dann gönnt euch den. Aber sonst halt nicht. Und ja. Achso. Ich kann euch nochmal das InDesign sein. Also wie er in der Ego Perspektive aussieht. Ja. Ist jetzt nichts Besonderes. Sieht halt ganz normal aus. Aber von Aussehen sieht der halt echt schon geil aus. Muss ich ja mal sagen. Und ja. Vielleicht nicht mit diesem Design. Aber eigentlich sieht das Design echt geil aus. Müsst ihr halt selber entscheiden. Was ihr da nehmt. Und ja. Dann war es das eigentlich mit dem Video auch schon. Schreibt mal in die Kommentare. Ob ihr euch den kaufen würdet. Oder ob ihr euch den gekauft habt. Und ja. Wie ihr ihn so findet. Also ich finde ihn eigentlich richtig gut. Und ja. Dann bin ich eigentlich erstmal wieder raus. Ciao Leute.